Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Battletime und zwar spielen jetzt Dominik gegen den Brede. Dominik hat so ein durchwachsenes Spiel. Ich habe meine erste Runde gegen Yannick jemals gewonnen und wir sparen mit Raya. Und für mich geht es jetzt um den zweiten Platz. Also das Team Domination muss jetzt hier richtig hart. Ja, also das ist ja unsere, also das ist meine letzte oder unsere letzte Runde. Also du bist mein letzter Gegner. Also für uns geht es jetzt also praktisch am besten wäre es halt, wenn ich nochmal was rasieren würde, damit ich vielleicht nochmal vor Yannick komme. Aber gegen Dominik. Ich weiß schon gar nicht, wo du kommst. Ja, aber ich habe mir eigentlich schon mit dem sechsten Platz von fünf, fand ich schon ganz in Ordnung, wenn ich das hinkriege. Das ist die Fotze. Ich kann die auch gar nicht spielen, ey. Ja, mit Nackampf. Ja, mit Nackampf. Ja, mit Nackampf. Ja, wenn jetzt so diese Skillcharaktere kommen. Also so. Aaaaaah. Ja, mit Nackampf. Ich hab bei der Runde gegen Steven so die Headys gedrückt und er heilt sich hoch und ich krieg's voll aufs Pressbrett. Ich hab fast geheult. Ich hab fast geheult. Ich freu mich aufs Cutten, Alter. Ich freu mich so hart aufs Cutten. Na komm, geh doch mal den selben Weg wie ihm. Oder? Gehst du den selben Weg wie ihm? So ziemlich, ja. Hi. Ah, lol. Habt ihr gesagt, ich hab das gleiche. Schade, ich dachte, ich fliege es runter. Warte mal. Nö. Warte mal. Warte mal. Was ist denn bei dir verkehrt gelaufen, Junge? Oh fuck. Ohne Heilung. Ohne Heilung. Was ist denn das nicht heilt? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Warte mal. Sie hatte noch gar nicht. Sie hatte ich noch gar nicht. Sie hatte ich noch gar nicht. Da hatte ich eine richtig geile Runde gegen René, Alter. Das war richtig geil Aber du weißt, wie man mit Diva spielt, ne? Ich kann so gut wie mit jedem Charakter überhaupt nicht spielen Ja gut, ich meine für alle Charaktere gleiche Voraussetzungen Ist ja auch schon mal was wert Ja, wir können uns natürlich jetzt auch von so weit Jetzt wird es witzig Wo bist du? Ja, Mersey steht Boah, Alter, da hatte ich gerade richtig Lack Da habe ich jetzt richtig Lack, ey Oh, Mann Mit die habe ich bislang jede Runde gewonnen Mal gucken, ob es noch mal bleibt Ich habe eine gewonnen, eine verloren Ich habe gegen René Richter aufs Pressball bekommen Und gegen Yannick Yannick habe ich richtig rasiert Achtenschleiße Der hat sein Schild aufgesetzt Ich habe den mit der Fähigkeit nach rechts gezogen Da hätte ich es gefeiert oder verfeiert Ja, Joder, hast aber wenigstens taktisch gespielt Das habe ich noch nicht so geschossen Das war eigentlich bis lang auch immer Glück Ich fühle die ganz geil eigentlich Ich habe eine Idee Oh, das finde ich jetzt noch nicht so geil Alter, die Kuh Doch, doch, ist richtig Aber du hast dein Schild gerade in den Brunnen reingedroppt Naja, oh, geil Kommst du hierher? Sonst ist das ziemlich unkürt Ja, kann ich machen Nein! Das hättest du mal gerne Punkt, der Stand Ich habe mir gedacht, komm, ich riskiere es mal auf Am Brunnen vorbei Ich habe auch fesselt gerecht, dass das warst Oh, mitgeschützt oder ohne? Nein, es scheint niemand an mit jeder Fähigkeit Das habe ich zu Janik auch gesagt Das ist langweilig Okay, Joghurt Einfach, wir müssen das ja Ich habe das Skill mit der Person Vor allem, soll ich dir das erraten Diesen Charakter habe ich Season 1 20 Minuten gespielt Season 2 5 Und seitdem nicht mehr Weißt du, was dich hier erwartet Naja, harter Skill Ich weiß nicht mal, wie das geht An dir kommt keiner auf Linksschiff Und damit machen wir drauf Den Hammer Ah, Leute, da oben steht es Okay, gut, dann kann ich mich jetzt hier nicht mal wegbewegen Okay Ich habe auch immer mich geschützt Ja, ich kann nicht wirklich weit gehen Weil dein Geschütz steht da direkt im Prinzip in der Wo hast du jetzt eigentlich hingestellt? Bestimmt richtig asozial Denkst du, wenn ich verrate das? Boah, drückt er mir richtig Tourensohn Oh, ich hör's weg Was denkst du dort? Ja, wie gesagt Das war ein hartes 5-0, würde ich sagen Das hat die aber einmal gegen René auch 5-0 Hat der mich auch weggezwiebelst Ich habe Steven mit Hanso gegeben Richtig geil Das habe ich bisher in jeder Aufnahme Das war auch richtig unfair Das hätte ich gewinnen müssen Vor allem, guck mal, ich bleib da gleich sogar noch hängen an der Ecke Ja Oh, das war's Aber das hat dir auch geholfen Weil er konnte zu zielen Mehr oder weniger Eikaramba Naja, Level 44 mal erreicht Wenigstens ein ganzes Level heute geschafft Willst du nochmal eine Abmoderation machen? Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zur nächsten Folge von BattleTime Macht's gut Haut rein Outro